ja hi willkommen mein name ist an ihrer ip und ich begrüße euch zurück zur letzte tage auf zähler ja wir durchqueren immer auf dem festival marsch und die herne von waschen haben auf einmal gemerkt ja ilbert ist doch nicht mehr unser dirigent deswegen kloppen wir uns jetzt kaputt oder versuchen ist jedenfalls mit dem werden wir uns auf die handelbüren ist ein praktikulärer preisend gewinnt hast du ja gut vor allem doch ja ich da ich muss auch gucken wo die ganzen angriffe und weiter geht's wenn mich lieben die kraft ist doch der frau über das ist der focus in der battle perfekt ok das war schärf mal so schnell wie möglich kaputt und weiter geht es war nur eine anstriere wir haben sie hat ja keine weiter geht Wow, für den Kempel kommen wir noch. Ja, sag. Wir sind so damn close. Hey, hey, are you okay? Come on, half a truff mal. You have to take me down. Alvin, are you sure you're alright? Take a take a take a take a take. Take a time like this. Well, we're not. Oh, that war is gone. I'm sure that's a lie. Gotta be serious sometimes. Hey, come on guys, let's talk more fighting. Genau. Mega Kämpfer weniger reden. Er kämpft. Und sagt. So, kollision. So, was meine Frau geht. Elven und Leia. Sag. Und sag. Und sag. Und noch mehr Kämpfe. Ich auch mal hier. Wenn ihr wollt. Das ist wieder zu sein, du musst. So, keine TTC. Das sagt, dass die TTC sei. Bei ja, noch weiter mein gott er will kommen ja brechen war fändigerweise dass wir so für der kämpfer kommen auch noch mal gemacht gemacht ja ich finde ich auch nicht gut so sind wir alle fertig macht seine attacke hat einen namen noch weiter auch lieben und noch mehr kämpfe was da kommt ich habe ich habe soviel muss man sagen und sagt wow wie viel geld wenn ich mal mehr genommen wahrscheinlich sind wir noch ein gebiet weitergekommen stärke ist schönheit Vielen Dank. Oh, das Game ist der Melonen, was? 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 Oh, das Game ist der Melonen. Oh, das Game ist der Melonen. Was? Dann habe ich jetzt... Wann gibt es, sind ja mehrere Sachen da drin? Da war er. Da war er. Er richte schon nach Bosskampf. So. Nein. Boah. Danke. So. Dann würde ich sagen, leveln wir noch auf und dann, weil ich heute Feierabend habe nur zwei Parts aufgenommen. Aber was soll es? Neuer Art. Zielschuss. Schuss. Was? Zielsuchschuss. Zielschuss. Schuss. Okay. Hier muss man weiter. Zack. Mondlichtspalte. Boah. So viel neue Attacken. Äh. Äh. Noch TP. Du brauchst TP. Und... Ja. Stärke. Die FP habe ich natürlich... Die Fertigkeiten habe ich auch natürlich ein bisschen bearbeitet. Weiß nicht. Hier ist eine Art. Gefrierlanze. Lichtschutzbewegung. KP. Ja. Ganz wichtig. Und jawohl. Da wird sogar noch erweitert. Gefrierlanze. Göttlicher Streif. Geschicklichkeit. Geist. Fortgesetzte Beschwörung. Ich glaube, die Kraft eines Geistes hat sich nur abgelassen wie in Kreis gerückt hält. Okay. Ja. Wie soll man denn bei Ronja? Man muss doch hier alle möglichen Knöpfe drücken. Soll man das machen? So habe ich wieder gedacht. Taktische Experte. Ne. Okay. Äh. Ich mach kurz gucken. Strafende Kette. Blutweiler. Oh. Oh. An Arcana ist eines riesigen eisverschenden Strudel erzeugt. So. Ich will mal gut speichern. Und dann gucken. Ich will mal kurz zurück. Wie viel Gebiet wir wirklich durchquert haben. Ich meine ja, stimmt nur 102. 2. Wenn wir die gleichen Schuhe an, glaube ich. Wir sind tatsächlich noch Gegner. Was soll? Äh. Äh. den folgern mann objekt geschoben perle hat mich zurück vielleicht mache ich euch hier aufs klingel ich mal gucken aber jetzt würde ich erst mal sagen ich mache ihren schnitt und hätten sie schon gegner rumlaufen glaube ich ja ich mache ihren schnitt und wir sehen uns dann im nächsten part von der play tells of china ich bedanke mich fürs zuschauen und sage